So, kleines Meiermausebein, guck mal. Jetzt ist da eine Treppe. Möchtest du die vielleicht benutzen? Und Kölle, oh, Kölle hat schon mal das Laken weggeräumt. Kölle, dir habe ich auch noch was Schönes mit reingemacht. Jetzt mal auf, dazu bist du jetzt in der falschen Ecke. Jena hat dir Sand reingemacht. Zeige ich dir gleich. Erstmal will ich gucken, ob der Meier die Treppe hoch mag. Meiermausebein. Warum glimsten da jetzt so in der Ecke? Machst du erstmal ein Päuschen? Echt jetzt? Na gut, dann rote ich erstmal aus. Kölle Maus, pass mal auf, ich komme nochmal rum. Ich wubidiwubidiwups. So, Kölle, ich zeig dir das mal. Da hast du bestimmt einen Spaß dran. So. Guck mal, das ist peinlich da. Da kann man richtig baden in diesem Sand. So war der Plan. Jetzt schmeiß dich rein. Kennst du noch nicht, ne? Nee. 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 Es ist schön viel drin hier in eurem Käfig, man findet euch gar nicht so gut. Ihr meint erst mal Pause machen, ja? Umzug war anstrengend, gut, dann erst mal Pause machen.